Ich weiß gar nicht, was das soll. Hier steht, dass ich das vier Takte lang spielen soll. Das habe ich jetzt hier schon voll viel länger gespielt. Kannst du mal diese Musik ausmachen? Ich weiß gar nicht, was das soll. Wollen mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen. So weit lief alles nach Plan. Nur, dass diese Zwerge jetzt auf meinem Deckel saßen. So weit lief alles nach. Es gab nur noch einen Gedanken, Brache, aber ich wollte es auf eine Art machen. Nicht laut und hässlich wie er, nein, subtil und mit Kalkül, Gretel, ja, der Gedanke gefällt mir und klingt von Gute zu Gute besser. Gute 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 Ist das geil, die Mauer ist weg. Das gibt's gar nicht. Kannst du da gar nicht raus oder wie? Pass auf, ich hab versucht, dich die ganze Zeit zu erreichen, aber irgendwie schien das ja nicht möglich zu sein. Also, wir haben jetzt ein Kind. Kind? Bier? Und ist das gut? Ja, natürlich ist das gut. Kannst dich ruhig mal freuen. Ein Kind? Ein Kind? Ist das gut? Aua, Arschen! Aussteigen. Aussteigen. Achtung! 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 Untertitelung. BR 2018